Die Sage von Europa und dem Stier Die Jungfrau Europa lebte in Phönizien, das ist hier, im Palast ihres Vaters Agenor in Abgeschiedenheit vom restlichen Volk. Eines Nachts hatte sie einen seltsamen Traum, in dem sich zwei Weltteile in Frauengestalt um Europa stritten. Eine war Asien und die andere kannte Europa nicht. Die Fremde gewann den Streit und nahm Europa im Traum mit, um sie zum Göttervater Zeus zu bringen. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, wunderte sie sich, was dieser Traum zu bedeuten hatte. Als es jedoch draußen immer heller wurde, vergaß Europa den merkwürdigen Traum und verabredete sich mit ihren Mädchen, um auf einer Blumenwiese am Meer zu sitzen und Blumen zu pflücken. Gesagt getan, sie kamen zu einem Meer und Europa sammelte einen Strauß Rosen, um einen Kranz zu flechten. Währenddessen war der Göttervater Zeus vom Pfeil des Liebesgottes Amor getroffen und verliebte sich sofort in die junge Europa. Damit Zeus nicht von seiner Ehefrau Hera verwischt wurde, verwandelte er sich in einen prächtigen Stier. Außerdem befahl er Hermes, dem Götterboten, die anderen Stiere des Königs Agenor vom Feld zu Europa zu treiben. Zeus ging zunächst mit dieser Herde mit, entfernte sich jedoch daraufhin von ihr und näherte sich vorsichtig Europa an. Selbst in der Gestalt eines Stieres hatte Zeus nichts angsteinflößendes an sich und Europa war von dem Anblick des Stieres deshalb auch nicht von Angst erfüllt. Sie kam näher an den Stier heran, streichelte ihn und nachdem sie zusammen herumgespielt hatten, beschloss Europa, sich auf den Stier setzen zu wollen. Sie schwang sich also auf Zeus und sie ritten, erst langsam, von den anderen Frauen davon, jedoch beschleunigte Zeus plötzlich seine Geschwindigkeit und sprang mit Europa auf dem Rücken ins Meer. Er schwamm und schwamm und bald schon konnte man das Ufer nicht mehr sehen. Europa saß zwar auf dem Rücken des Stieres, jedoch sorgte Zeus dafür, dass sie nicht nass wurde. Als Europa schon zu zweifeln begann, kam sie in einem fernen, unbekannten Land an, nämlich auf der Insel Kreta. Zeus setzte Europa ab und verwandelte sich in seine normale Gestalt zurück, woraufhin Europa sich in ihn verliebte. Als Zeus dann aber auf den Olymp zurückkehrte, wurde Europa traurig und verzweifelt. Es ging so weit, dass Europa sogar schon Selbstmordgedanken hatte, bis eines Tages die Göttin der Schönheit, Aphrodite, vorher erschien und ihr verkündete, dass dieser fremde Weltteil von nun nach ihr benannt werden sollte. Somit erhielt der Weltteil Europa seinen Namen. An der Stelle war's das auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Checkt auch noch gerne andere Videos auf unserem Channel aus oder schaut mal auf unserem Instagram vorbei. Außerdem könnt ihr noch gerne Videovorschläge in den Kommentaren da lassen. Und dann war's das mit unserer Seite. Tschö! Tschö!